Okay, Grieche, das Meeting ist vorbei. Alle raus. Na los. Kommt schon. Entweder überweist du jetzt das Geld oder du willst die nächsten Monate nur Suppen. Monsieur Xenakis, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Alles bestens, Julie. Soll ich den Sicherheitsdienst holen? Natürlich. Danke, Julie. Danke, Julie. Ich weiß, auf dich kann ich mich eben immer verlassen. Aber deine Leute sollten lieber vorsichtig sein. Wer ist das? Du hast gesagt, nur wir beide. Was legst du dich so auf, wie ich gesagt habe? Nur du und ich, Bruder. Unser Territorium hat an Stabilität verloren. Nur Tote, Verletzte. Wir machen sicher eine ganze Menge mehr Geld, wenn wir zusammenarbeiten, statt uns gegenseitig zu erschießen. Monsieur Paterno, was sagen Sie jenen Leuten, die Sie als Paten der kanadischen Mafia bezeichnen? Ich versuche immer anderen zu helfen. Ich bin immer da für meine Mitmenschen. Es wird sich einiges verändern. Ich werde tun, was ich tun muss. Sag mir, dass du es nicht getan hast. Du gehörst nicht mehr zur Familie. Die sind gegen mich. Und sie sind gegen meine Familie. Wir werden zusammenbleiben und stark füreinander sein. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Und zwar im